Heute seht ihr die besten Momente aller Zeiten. Wenn ihr dieses Video nicht verpassen wollt, dann schaut auf jeden Fall bis zum Ende und los geht's. Zeig mal, was du drauf warst mit deinem ersten Random Vehicle. Oh, ein Skoda. Ne, Alfa Romeo. Und ich hab hier direkt so ein richtig krasses Muscle Car oder so, ne? Das ist richtig gut. Wenn das hier ne krasses Suspension ist, Leute, von der Federung her, dann weiß ich auf jeden Fall auch nicht. Wir sehen uns, tschüss. Zeig mal, was du drauf warst mit deinem Ding. Einfach nur mit dich fahren. Was? Was? Oh mein Gott, bitte. Nein. Oh Gott, vorsichtig. Ich bin beim letzten runtergefallen. Nein, ich bin auch runtergefallen. Ich seh dich gerade. Oh, verdammt. Meins war halt irgendwie nicht so gut. Und warum ist hier einfach ein random Fahrzeug, Leute, bei der Militärbasis? Geht hier bitte schnapp gerade. Aber die erste Runde ist natürlich immer nur ne kleine Testrunde, Leute. Deswegen komm rein ins nächste Random. Alter. Da wirst du direkt rausfliegen, sag ich. Ich glaub auch. Oder ich bin so schnell, dass er vielleicht genau rüberfliegt. Was? Ich hör dich immer noch reden, Mökhan. Ey, wir sehen uns. Ja, okay. Ich geb mal Vollgas, Freunde. So, aus dem Weg hier, du Couch-Potato. Oh, ey, ich bin übereingekommen. Nein, das darf doch nicht wahr sein, Freunde. Das Ding ist aber, wenn wir es über ein Ding schaffen, haben wir direkt das nächste Level freigeschaltet. Und dann starten wir quasi immer von hier dann. Deswegen kein Problem. Lass uns rein hier gehen ins... Oh mein Gott. Was ist denn das für ein Ding? So ein Mile-High-Club-Wagen oder so. Darf ich? Nein, das ist ja kein Auto. Das ist ein Flugzeug hier schon. Militärjet. Damit sollst du es, glaube ich, eigentlich rüber schaffen, ne? Ein Geländewagen. Okay, dann zeig mir, was du drauf hast jetzt hier. Ich gebe auf jeden Fall jetzt hier mein Bestes. Oh. Mann. Das war ein Fake-Geländewagen oder so. Ja. Wie? Nein. 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 Oh, oh, ich sehe dich. Ey, das darf nicht wahr sein. Das darf nicht wahr sein. Das ist das Ding auch noch voll im Weg, Leute. Okay, ich muss jetzt einmal das ganze Ziel wegmachen. So, kurz den Mentos ranwerfen. Zack. So, einmal hier den Weg freigemacht. Äh, äh, ja. Okay, doch. Den Weg freigemacht. Komm, jetzt brauchen wir aber ein random Fahrzeugmöcker. Wenn das jetzt hier nicht, äh, klappt. Ich... Damit solltest du es. Guck mal, wir sind... Freunde, wir mögen uns nicht überfahren, bitte. Danke. Nein, ich würde es niemals überfahren. Okay. Oha. Oh mein Gott, ein Hydraulikauto. Okay, dann, äh, ja. Dann fahr mal los jetzt hier. Ich bin mal gespannt. Ja, ich fahr hinter dir. Oh. Alter, was war denn so schnell? Ja, das ist der schnelle Panzer. Das ist echt ein schneller Panzer. Zur Not, Mann. Ja, aber den Weg selber frei. Oh, 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 oh. Oh, oh. Ey, das darf nicht wahr sein. Wegen dir. Ey, aber ich sag dir, der Panzer, das schafft. Das schafft es hier. Da mussten wir halt rechts, links, rechts, links. Alter, das ist ein richtig guter Panzer. Aber du schaffst das, ne? Ja, natürlich schaffe ich es hier. Gar kein Problem. Oh. Aber auch mit Taktik, ne? Vorsicht. Alter. Hör bloß auf. Hör bloß auf. Jetzt hast du mich aus meiner Kommissheit gebracht. So. Oh. Achtung. Ey, das sieht aus, als wenn du tanzt, ne? Ich tanze auch mit dem Ding. Ja. Bitte. Ey. Okay, Leute. Damit haben wir zum Glück endlich mal das erste Level überstanden. Und ich würde sagen, wir gehen rein jetzt hier ins nächste Fahrzeug. Deswegen hoffe ich mal, dass wir ein bisschen mehr Glück haben. Okay. Ich habe einen Jester Air. Ich glaube, ich habe ein GTA-Auto. Was habe ich denn für eins, Alter? Ein Haarmann? Was ist das denn für ein Ding? Ein Jaguar. Ich glaube schon. Jaguar. Jaguar heißt das. Komm schon. Oh nein. Ah. Stark. Oh Gott, nein. Oh. Genau das ist der. Oh, es ist genau auf dem drauf, das Auto. Ich komme nicht mehr hoch. Okay, jetzt kommen Random Vehicle. Und oh, ich habe jetzt hier Alter. Alter. Alles klar. Richtig guter Wagen. Das ist glaube ich ja extrem. Oh nein. Oh nein. Was denn? Oh nein. Wie bist du rückwärts runtergefallen? Ich bin rückwärts runtergefallen. Ich brauche ein neues. So, kein Problem. Dann nehme ich mir jetzt hier einfach. Zack. Oh, okay. Ich glaube damit. Klar, es sind Autos drauf, aber. Ja, okay, komm. Jetzt Random Vehicle, Freunde. Und ich kriege jetzt hoffentlich etwas Gutes. Naja. Okay, dann zeig mal, was du drauf hast, Möker. Let's go. Gib voll Gott. Aber ich habe meinen, das ist nicht so schnell. Doch, doch. Deiner ist glaube ich schnell. Oh, ja. Alter. Das darf doch nicht wahr sein. Das ist das schwerste Test, den wir jetzt gemacht haben. Oh. Oh. Hört hier nicht. Musst du aufpassen. Ja. Kann ich aussteigen. Was machst du da? Nix. Das hoffe ich doch. Niemals. Nein. 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 Ich weiß, was du machen wolltest. Ey. Ah. Okay, kein Problem. Ich bin Superman. Und Random Vehicle. Oh mein Gott, Alter. Let's go. Ey, das darf nicht wahr sein, Alter. Ich komme gefühlt gar nicht weiter mit dem Ding hier. Aua. Wo bist du? Kommst du weiter mit deinem Rainbow? Ich komm. Okay, mal gucken. Guckst du zu? Ja, dann fahren wir los mit deinem Ding jetzt hier. Zeig mal, was du drauf hast. Zack. Was? Oh. Oh mein Gott. Nein. Du kannst einfach fliegen. Also du kannst einfach hochpusten, oder nicht? Oh mein Gott. Na komm, auf jeden Fall müssen wir das Level überspringen, Leute. Aber kein Problem. Wir beziehen nämlich den nächsten Test. Und der ist noch ein bisschen schwieriger. Da brauchen wir auf jeden Fall ein bisschen mehr Glück, damit du, dass ich springen kann. Das ist das. Du musst es tunen. Ey. Warum fährst du mich um? Ah, ich muss es tunen. Stimmt. Wenn du den tunest, dann geht das. Dann mach ich mal Upgrade. Oh mein Gott, Alter. Du hast recht. Das Ding sieht ja mal richtig krass aus, geupgradet. Und jetzt kann ich damit, glaube ich, springen, ne? Oh mein Gott, ich kann damit springen. Okay. Aber bringt dir das hier was? Alter. Ey, deiner Stärker. Was bin ich überhaupt? Wow. Ey, ich bin wie so Würfel. Ich seh das schon. Okay, okay, warte. Ich hoffe, ich kann jetzt hier mit dem Ding ein bisschen vorankommen, Leute. So, Vollgas. Ey, das gibt es nicht. Das springt nicht. Okay, vorsichtig. Wir müssen von Ding zu Ding springen. Oh. Ey, das darf nicht wahr sein, Freunde. Wie Pech wir einfach haben. Verdammt. Und random wie kill. Ich hab so ein Pikat. Alter, was hast du denn bekommen? So ein Motorrad. Okay. Dann zeig mal. Also, du kannst mit echt fliegen. Ey, oh verdammt. Wir sehen uns. Dann zeig mal, wo du bist. Ja, okay. Er fliegt hier einfach, Leute. Nächster Checkpoint. Okay, der nächste Checkpoint auf jeden Fall easy. Alter, was ist das für ein Ding? Was ist da erwartet jetzt, Leute? Das fängt richtig krass aus. Okay, dann. Random vehicle. Oh, wenn das nicht rüberkommt, ne? Dann weiß ich auch nicht. Ja. Möchtest du mal ein bisschen Speed? Bist du ready, oder was? Alter, hast du das Ding da bekommen? Das sieht aus wie so ein Furry-Auto. Ein Katzen-Auto. Let's go. Ach, verdammt, Alter. Wie soll man denn das schaffen? Let's go. Das geht ja gar nicht. Schaffst du's mit deinem? Ich verschlage mich hier tausendmal gerade noch. Ich bin im Baum. Tschüss. Ja, okay, dann hast du es anscheinend nicht geschafft, ne? Ich bin bei dir, hallo. Okay, ich bin auch jetzt hier raus. Alter, das sieht auf jeden Fall ganz crazy aus. Dann drücke ich wieder random vehicle und ich kriege einen Porsche diesmal. Der kann gut sein. Alter, Porsche Taycan, der ist schnell. Auf jeden Fall ist der rückwärtschnell. Ich habe das perfekte Auto. Alter, der ist auch vorwärtsvoll schnell. Der ist voll schnell, Möcken. Ist er rüber? Nein, das zählt nicht. Ich muss an dem noch mal richtig Gas geben. Ey, Monster Truck hat hier gar nichts gebracht. Oh. Ach, man kommt die ganze Zeit über die Kante. Aber eigentlich muss er das schaffen, Leute. Das ist so ein Porsche Taycan. Er müsste das eigentlich hier easy schaffen. Vor allem, ich glaube, wenn man einfach so einen krassen Grip hat, ne? Vielleicht, wenn man hier so... Oh mein Gott, Alter, der ist fast geschafft gerade, Möckern. Ich glaube, jetzt hier, komm, alle guten Dinge sind 10.000. Ich glaube, jetzt schaffst du das. Let's go, ich glaube an dich. So, pass auf. Hier. Vollspeed. Und. Und. Ich sag's dir, das schaffst du gleich, ne? Doch. Das schafft der. Das ist so ein Auto, was so ein schweres Hindernis auf jeden Fall überwältigen kann. Alter, das Motorrad bekommen. Motorrad? Ey. Ich sag dir, das ist voll schwierig mit dem Porsche. Aber ich glaube, wir schaffen es gleich, Freunde. Man muss nur den richtigen Winkel haben. Ah, okay. Also, das müssen wir leider auch überspringen. Oder hast du es geschafft mit deinem Ding? Nee, ich hab's nicht geschafft. Okay, dann überspringen wir das Ganze. Und gehen zum nächsten, Leute. Und. Uh. Das könnte auch eine krasse Suspension sein hier von meinem. Was kriegst du für ein Random Vehicle? Zeig mal. Ja. Aha. So ein Rallye-Auto oder was? So ein Rallye-Wagen. So ein Derby. Oh mein Gott, Boost. Boost. Den ersten, den wir mal geschafft haben. Das erste Derby. Und jetzt hier das zweite. Das zweite Level. Ich hab doch eins überflogen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein. Ey, das darf nicht wahr sein. Es war so knapp gerade, Leute. Easy. Ich bin direkt runtergefallen. Okay, warte. Zum Glück können wir jetzt hier oben starten. Und hier ist es auf jeden Fall jetzt ein bisschen besser. Das heißt, ich drück Random Vehicle. Krieg hier so ein Muscle Car oder so. Ich hab ein Jogula oder so. Oh mein Gott. Das heißt, es ist Vollgas. 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 Ja, Mann. Ich komm gut durch, Möcker. Hey, nein. Holt sie uns. Ich komm gut durch. Jetzt musst du nicht über solche Dinge rüber. Bitte sag mir. Ja, mein Auto scha... Nein. Die werden immer höher. Oh no. Du hättest auch rechts... Nee, hättest du nicht. Hä? Wie sollen wir denn jetzt hier rüberkommen? Mach zu Fuß. Steig aus. So. La 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 la. Hier scheint ja nichts, dass wir nicht zu Fuß rüber gehen darf, Freunde. So, hier. Zum Glück haben wir das Regelwerk nicht gelesen von dem Map-Ersteller. So. Kein Problem hier. Wir gehen hier ganz entspannt hoch. Und schnappen uns auch hier diese Teile, Leute. So. Und nochmal das letzte hier rüber. Auch gar kein Problem hier. Alles easy, peasy. Ich bin auch da. Squeezy, miese. Okay, und jetzt können wir... Ah, bist du auch schon da, oder was? Ich bin hinter. Ich kletter gerade Bäume hoch. Also. Okay, das war auf jeden Fall krass. Ah. Ich hab nicht geschummelt. Mhm. Okay. Wirklich. Dann. Oh mein Gott. Da ist eine Treppe vorne. Okay, komm. Ab geht's. Das nächste Fahrzeug. Äh. Let's go. Oh, weh. Oh, komm schon, bitte. Bitte, 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 bitte. Ey. Nein. Jetzt auch nicht, ich fahre, dass ich zur Seite falle. Okay, warte. Das geht nicht. Wir können aber einfach an der Seite vorbeifahren, oder nicht? Tatsache. Hook. Wer hat der? Oh mein Gott. Hä? Einfach ein Hack. Das ist nicht sein Ernst. Der hat uns getrollt. Let's go. Ey. Ey. Hä? Nein. Wo bist du? Ich bin runtergefallen. Also, ich brauche auf jeden Fall ein anderes Fahrzeug, was jetzt so Treppen hochkommen kann. Also, ich muss ein bisschen Glück haben und der ist ein Motorrad bekommen, Leute. Und jetzt kriegen die auch eins, hoffentlich. Oh mein Gott, ich habe einen Monster Truck bekommen. Noch besser. Alter. Glaube ich, oder? Ich glaube, das ist das einzige Fahrzeug, was solche Treppen hochkommen. Ich habe ein Motorrad. Ey, nein. Ehrlich. Ehrlich. Alter. Ich komme mit dem Motorrad nicht hoch. Guck mal, ich komme mit meinem Monster Truck, komme ich aber hier hoch, Leute. Alter, guckt euch mal das. Alter, bist du stark. Okay, so ein Ding. Also, warte, ich schaffe es jetzt hier noch. Kein Problem. So. Wer als erstes drüber ankommt, bekommt man jemanden von Euro und tschüss. Mhm, 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 mhm. Aha. Okay, jetzt geht es richtig abmückern. Let's go. Oh. Oha. Oha. Was passiert hier? Alles explodiert hier. Oh, mein Gott. Aua. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Fast runtergefallen. Oh, 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 oh. Okay, let's go. Ja. Okay, jetzt geht es hier weiter. Hast du einen Checkpoint? Ja, ich habe einen Checkpoint. Aha. Oh, mein Gott. Okay, also jetzt müssen wir hier gucken, dass man irgendwie gut rüberkommt. Aber, da ich den Monster Truck habe, Leute, ist das hier alles gar kein Problem. Ich höre ein Feuerwehrauto. Ein Polizeiauto. Aber bei der Rechtsranfahrung, ihr Auto ist hier angemeldet. Auf gar keinen Fall. Bleiben sie mir bloß gestohlen. So, Achtung, Leute. Wir haben uns auch gleich schon das nächste Level geschafft, was natürlich sehr optimal ist. So. Okay. Und jetzt, Alter. 90. Okay, mal gucken, ob wir jetzt hier... Alter, was ist denn das? 90 Grad, oder was? Oh, mein Gott. Möckert, ich komme damit auch rüber, mit meinem Monster Truck. Ich komme zu dir. Oh, mein Gott. Ich komme nicht rüber. Ich kann nicht cheaten. Ey, du hast so einen Allrounder-Wang. Ich sage es dir, das ist das beste Auto, was mir passieren konnte. So. Er kommt hier echt über alles rüber. Wirklich ohne Probleme und so, ne? Ganz gerade auf dir. Ohne Probleme. So, muss nur... Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Man muss nur vorsichtig sein. Nein. So, ich habe mich zum Glück noch gerade befreit, aber man muss auf jeden Fall ein bisschen vorsichtig sein mit dem Auto. Man darf hier nicht schräg landen, sonst dauert das bisschen, bis das noch rauskommt. So. Zack. Hier. Und? Ja, Alter, endlich. Ich höre dich gerade. Guck mal. Also, bist du unten lang gefahren? Ich bin mit dem Motorrad unten lang gefahren. Okay, also wer hier hochkommt, ist anscheinend King. Und, ähm... Okay, tschüss. Nein! Alter, das wäre krass gewesen, dass du es jetzt geschafft. Okay, also der Motor Truck, den muss ich leider jetzt zum ersten Mal ablösen. Der schafft es leider nicht. Äh. Ah! Ah! Au! Ich glaube, das kann nur ein Boost... Oh, mein Gott. Jetzt aus dem Weg. Aus dem Weg. Was hast du denn da? Äh! Äh! Warum warst du so motiviert mit dem Ding? Ich weiß auch nicht. Ich dachte, vielleicht ist es ein bisschen mehr Glück. Oha. Okay. Kennst du, du kannst es mit dem Ding schaffen, oder was? Mit so einem Brawler? Vielleicht. Ey, nein. Ich glaube, hier ist es echt richtig schwierig, mit einem Fahrzeug rüber zu kommen, wenn du jetzt... Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Nein! Das ist... Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Du fliegst durch! Okay, das ist krass. Ich bin einfach so ein richtig krasser Drache und somit bin ich hier als erster durch Ziel geflogen, Leute. Und das bedeutet einfach 500 Euro für mich. Hahaha. Okay, also hier sind auf jeden Fall ein paar Trucks am Start. Ich glaube, das sollte alles sein, Möckern, damit wir jetzt hier ein richtig, richtig krasses Weakült Battle machen können. Oh, damn. Okay, nicht schlecht. Denn wir haben heute, guck dir das mal an, extrem, extrem Dinge vor uns stehen. Auch hier noch um die Kurve bis ganz da hinten. Also ich glaube, wenn du das schaffen kannst, Möckern, mich hier zu besiegen, dann bist du auf jeden Fall der Truck King auf jeden Fall. Oh, okay. Ich hab nicht den. Nein, 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 nein. Ah, okay. Dann spawnen wir dein Random Vehicle. Als Bestrafung müssen wir quasi immer dann einen Truck nehmen. Oh, mein Gott. Oh, fake Bugatti. Jetzt komm, jetzt brauch ich auch noch einen richtig krassen. Bitte, wo bleibt mein krasses Auto? Okay, ein Dodge Hellcat. Oha. Bist du bereit, oder was? Ich bin ready. Der ist richtig krass, sag ich dir. Okay, dann let's go. Alter. Yo, Alter. Was? Was? Der kann einfach Weedie machen, Bro. Ja, ich bin schon weg. Wo bist du? Ja, ich mach grad Weedies. Alter. Ich muss sagen, okay, ich komme. Ich bin auf dem Weg mit meiner Hellcat. Ey, der hat auf jeden Fall nicht so ein krasses Handling, aber dafür kann er Weedies machen. Oh, oh. Oh, oh. Nein. Alter. Nein. Oh Gott, das ist verknappt. Alter, du bist fix unterwegs, ne? Meiner ist richtig schnell, aber der ist jetzt schon gefühlt halb kaputt. Ich muss ganz kurz mal hier kurz rückwärts fahren. Denn die Rampe, Alter, hab ich ein bisschen zu krass gemacht. Alter, der macht ja sogar really so viel PS hat der. Oh nein. 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 Das darf doch nicht wahr sein. Ich bin runtergefallen. Ich bin ja extra auf dich gewartet sogar. Mann. Okay, dann flieg mal hier mit deinem Bugatti. Oh mein Gott, das war ganz schön knapp. Okay, jetzt hier rüber. Ganz entspannt. Oha. Oh, 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 oh. Ja. Okay. Alter. Achtung. Oh mein Gott. Okay, du fliegst noch weiter. Hier wird's. Das war's mit dir. Okay, die erste Runde ist auf jeden Fall immer eine coole Testrunde, haben wir gesagt. Alter, jetzt hab ich hier ein GTA-Auto. Okay. Okay, okay, okay. Oh, das ist da. Nein, 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 nein. Doch, vielleicht kannst du es mit ihm schaffen. Ja, doch, vielleicht schaffst du es. Okay, let's go. Ich gebe dir ein bisschen Vorsprung. Und... Wie gut, dass niemand weiß, dass ich Rumpelstilzchen heiße. Eigentlich ist deine gar nicht so langsam, Alter. Der ist echt... Du musst nur noch auf die Rampe rauf, ne? Ja, aber nicht. Alter, was ist denn mit ihm? Alter, der hat voll... Alter, jetzt gibt es mit ihm ab. Ey, Bro, nein, 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 nein. Ich komme... Sehr egal. Nein, 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 nein. Ja, komm doch mal her. Komm doch mal her. Backflip. Oh. Alter. Okay, mein Fahrzeug ist, glaube ich, für das Ding hier gar nicht mal so schlecht, weil man ja hier gar nicht so schnell sein muss, ne? Vor allem ist dein Roller am Ende bei dieser einen Rampe deutlich... Oh mein Gott, Alter. Die ist ja schief. Oh. Wie? Verdammt. Oh Gott, das wird ein bisschen... Ah. Merkwürdig. Oh nein, jetzt kann es ja... Jetzt kann es ja was werden. Oh. Ey, jetzt soll ich weiter als du kommen. Wieso? Ich bin doch schon weiter. Ja, aber ich bin auch unterwegs noch. Oh Gott. Oh Gott, das kann jetzt was werden. Das kann was werden. Das kann... Oh Gott. Das kann echt was werden. Oh. Hä, wo bist du? Oh nein, ich fall runter. Das darf nicht wahr sein. Oh Gott. Nein. Du bist mit dem Roller... Nein, weh, du kommst weiter als ich... Den kleinen Ding. Ich bin hier... Ich bin hier runter. Das darf nicht wahr sein. Ich bin genau hier runtergefallen. Guck mal. Und du kommst mit dem Roller weiter als ich? Das geht in die Geschichte ein, Bro. Also echt. Also hier wird es jetzt glaube ich schwierig für dich. Oder? Ja. Oh nein, ist das schwierig. Hä? Oh nein. Ey, wie gut. Was? Okay, da vorne ist die Rampe des Kornes. So ein kleines Karnicke bist du. Ich glaube, da schaffst du nicht jetzt hier. Doch, doch. Das kann jetzt ein bisschen schwieriger werden. Ich mach einen Trick. Wow, wow, wow. Was? Was hast du denn so einen Boost-Rot gehabt? Ich weiß es nicht. Was war das denn gerade für einen Boost? Hä, das ist ein Männchen. Boah, oh Gott, was? Ey, ich hab gerade so einen Affen überfallen. Alter, deswegen bist du runtergefallen, ne? Ich bin runtergefallen deswegen. Ey, der lebt noch. Was? Oha. Welchen von diesen LKWs soll ich denn jetzt nehmen hier, als dass du mit dem kleinen Ding weitergekommen bist? Nimm's. Welchen nehme ich? Da, den ganz vorne rechts. Ganz? Oha. Den weißen oder was? Den weißen da vorne. Oder den schwarzen? Den weißen hier. Okay, 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 okay. Das kriege ich auf jeden Fall hin. Kein Problem. Ich nehme ein random Vehikel. Genau, nimm du einen. Oh mein Gott. Oh, was? Was? Okay, komm, ich steig ein jetzt hier. So, und dann, ey. Geht's rein hier ins Getümmel. Bist du bereit oder was? Dann zeig mal, was dein Monster Truck drauf hat, ne? Ich bin mal sehr gespannt. Oh, aufs Heize. Ey, okay. Alter, ich sag dir mein... Yo. Wieso bist du so gut? Was ist das denn für ein Truck? Warum bist du so schnell? Wuii. Bro, warum bist du dein Auto so schnell? Alter, das ist ganz schön... Oh, oh. Ey, ich sag dir, gar nicht mal so einfach, mit Trucks Rammen hochzufahren. Alter. Beiseite. Bro, das kennt mich beide drauf. Beiseite. Das zählt nicht. Ich hab's dir doch gesagt. Du challengst ein LKW. Also ey, ich... Ein Monster Truck meinst du? Okay, warte, jetzt komm. Jetzt komm ich hier aber hoch, ey. Das ist unglaublich. Du fliechst auf mich drauf. Guck jetzt. So. Yo. Alter. Digga, war das voll krass? So, kurz eingeholt jetzt hier. Ohne Probleme. 360. Alter. Ich leide noch da ohne Kugel. Oh. Oh, jetzt kann es interessant werden. Komm schon. Ja, komm weiter. Ich bin bereit. Voll den krassen Antrieb, Alter. Yo. Oha. Hau rein. Du kommst ja gar nicht hinterher. Du lahme Schnecke. Alter, ich mach hier so viel gerade gefunden, ne? Warum bist du so fix unterwegs? Nee. Das kann es schwierig werden. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, du schaffst es nicht. Oh, ja. Oh doch, du schaffst es. Okay. Hier. Hör auf. Alter, ich kann hier rüberfahren. Als wäre es... Nichts. Nein. Wow. Ja, du bist runtergefahren. Guck mal, wie ich hier rüberfahre. Digga, das ist doch... Hast du da Cheat-Dinger reingemacht? Als wäre das Butter oder so. Nein, 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 nein. Das ist ein Cheat-LKW. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Alter, wie kann er sich doch halten? Ach, nee, ey. Ich will mal weiterkommen mit meinem LKW als du. Jetzt wird es wieder Zeit für das Random Vehicle. Mal gucken, was ich jetzt hier für eins bekomme. The Exor... Okay, du darfst ein anderes nehmen. Du darfst... Danke. Alter, ich habe so einen richtig krassen... Alter, der ist richtig krass. The Exorcist. So ein unnormal krasser... Dodge ist das hier. Ne, Chef-Problem war nicht. Boah. Das ist einer ZL1, Alter. Boah. Okay, dann spawnen wir hier dein Random Vehicle rein. Wow. Was? Lammklinen, Lambo? Jo, guck mal, das ist komplett schwarz. Die Felgen. Das ist echt komplett schwarz. Okay. Hau rein. Meiner ist trotzdem schneller als Lambo. Alter, was hast du? Alter, das ist übertrieben schnell. Was hast du für einen? Bro. Nein. Stopp. Bitte. Alter, meiner ist voll kaputt gegangen jetzt gerade. Boah, man sieht aus, das ist jetzt schon wieder mit einer Ahne. Hä, aber was hast du für eine? Kenn ich gar nicht. Hä, guck dir das mal an, warum ist der so kaputt? Ich muss immer gar nichts reparieren hier, das geht ja nicht. Das ist von einer Rampe extrem kaputt gegangen gerade, meiner. Hast du einen Repair? Da habe ich auch noch einen Repair frei. Hallo, ja gut, okay. Hui. Wo bist du? Alter, der ist so krass, ne? Hier. Alter, hast du gerade einen Frontflip gemacht? Ja, ja, richtig clean Frontflip sogar. Okay, hier geht es jetzt weiter mit dem Ding. Denkt an, wir haben da vorne noch die Kurve, die auf uns wartet. Da kommt der mit dem Lambo hinter mir, ne? Okay. So, Alter, der ist so schnell, der Wagen, ne? Alter. Aber auch irgendwie so anfällig für Beulen. Ich weiß auch nicht warum. Alter, oh mein Gott. Yo. Oh, oh. Okay. Wollte ich gerade ausfahren? Oh, 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 oh. Ich glaube, ich glaube, das ganze Ding muss dann langsam machen. Ich glaube, ich mache jetzt auch den Entspannen, weil hier bin ich eben auch draufgegangen. Alter, der Wagen ist aber so kaputt, ey. So. Oh mein Gott. Okay, ich mache auch den absoluten Entspannen. Okay, man darf den Entspannen nicht machen. Also, das darf man schon, aber das ist dann alles. Alter. 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 Bitte, nein. Haha. Nein. Okay, warte. Ey, das sah ja sehr entspannt aus, was du gerade gemacht hast. So, dann. Du kommst aber auch nicht weiter. Doch, 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 doch. Pass auf. Du wirst schon sehen. Ich werde hier. Zack. Alter. Ey. Du fliegst runter. Runter von meinem Auto, du Rüppel. Au, 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 au. Ja. Ah. Ey, das dauert hier so ewig, ne? Aber ich habe es jetzt im Grunde geschafft. Oh mein Gott, der sieht auch jetzt aus, Alter. Der sieht aus wie eine Banane. Okay, komm. Ja, aber ich glaube, das war es für dich. War wegen dem Boost. Ja. Oh mein Gott. Das war der Boost, den du eben hattest mit dem Motorrad. Ja. Bro, das war es für dich. Nein. Tschüss. Das darf nicht wahr sein, Alter. Jetzt bin auf jeden Fall ich weitergekommen. Okay, ich würde sagen, du kannst hier den grünen hier nehmen. Den grünen Truck. Den darfst du jetzt haben. Du hast jetzt gar keinen Platten geschossen. Nein, nein, nein. Gar keinen Platten. Ey. Aua. Fährst du dich um? Okay, komm. Jetzt geht es hier richtig rein. Ey, nein. Alter, wie? Geil. Das darf nicht wahr sein. Okay, dann. Aber du hast den besseren. Ich glaube, ich habe den besseren. Deiner ist, glaube ich, ein bisschen langsamer. Ich glaube... Wo? Nee, wir sind gleich schnell. Nee, du bist schneller. Bisschen schneller bin ich ja. Nur ein bisschen mehr Gas geben, merke ich gerade. Aber meiner ist nicht so krass, gerade wie der andere eben. Mit dem anderen eben war ich echt echt unterwegs. Oh mein Gott. Geh weg. Ich werde dich hier aufhaken gleich, ne? Ich hoffe, das ist die... Wow. Brobing. Nein. Nein. Ey, die waren doch einfach zu langsam. Ja. Wow. Au. Ey, skippt mir bei dem Vogel ab. Der hat einfach gar nichts verstanden. Was hat der denn? Ja, das war auf jeden Fall eine schnelle Runde, Alter. Glück gehabt. Deswegen hier jetzt rein ins Random. Oh, nein. Das kann ich nicht bringen. Nein, du darfst das andere nicht brauchen. Du kommst doch nicht über den ersten. Okay, gut. Besser ist das auch. Jo. So. Okay. Nehme ich ein neues Fahrzeug. Uh. Warte mal. Oh, nö. Wenn ich das jetzt auftune. Alter, das ganze Ding brennt hier. Gleich. Yo, wie krass sieht der bitte schon aus. Ja, okay. Tschüss. Das ist ein Schneeding. Der hat eine Weihnachtsmitte vorne. Du bist ja eh schneller als ich. Das ist ein Polizeirotter, glaube ich. Okay. Ich glaube, ich bin schneller als du, ne? Nee. Hä? Hä? Was war denn bei mir? Bei mir auch. Ich glaube, wir waren zu tief oder so. Hast du auch so zickzack geflogen? Ja, ja. Safe. Alter, da hat der so Lebkuchenmänner vorne drauf. Ey, mein Fahrzeug, ne? Jetzt sagt er, du wirst damit dagegen nicht ankommen. Das ist zu krass. Sagst du, ich verliere gegen dein Auto jetzt? Ja, auch wegen der Weihnachtsmitte vorne. Auch wegen der Weihn... Oh, guck mal, hier. Der fährt ganz entspannt, der McLaren. Ganz easy peasy. Guck mal, jetzt hier. Schön nochmal rein. Dann hier. Oh Gott, ey. Und hier vorne? Komm schon. Ich mache einfach Riesenabkürzungen. Oh, oh. Alter. Okay. Hier, Riesenabkürzungen. Oh, nein. Das darf nicht wahr sein. Ich fall runter mit dem Ding. Bitte, nein. Du auch, oder was? Ich bin auch runtergefallen bei den Rampen. Ja, dann habe ich auf jeden Fall hier einen neuen Truck für dich. Und zwar hier diesen Clowns-Truck. Der passt dann auch zu deinem Verhalten. Dann kannst du den auf jeden Fall jetzt hier auch nehmen. Ich werde dich mit euch fertig machen. Das weißt du, oder? Steig da ein jetzt hier. Bin mal gespannt jetzt. Und jetzt geht's rein in mein... Hol mal dein random Auto. Oha. Oha. Oh, yo. Ja? Was ist das für ein Ding? Hä? Das fährt wie auf Eis. Hä? Auto müde. Auto müde. Auto schlafen. Okay, perfekt. Hä? Hä? Okay, das... Okay, das war ein ganz, ganz komisches Auto, was ich gerade hatte. Das sah ganz, ganz komisch aus. Oh, RX-7. Ein Drift-Auto. Ich sitze sogar rechts. Okay. Alter, krass. Dann... Alter, warum ist dein Truck so schnell? Kommst du? Dein Truck hat einfach... Der meint, er drifte die ganze Zeit, ne? Oh, oh. Oh. Wow. Ey, nein. Ja. Das zählt nicht. Wie? Ja, okay. Okay. Da bin ich einfach gegen einen Truck gegengefahren. Oh Gott. Schafft er das? Nein. Ich bin schon. Du hast auch einmal hoch, du hast auch einmal hoch. War echt das eben auch doof, eben. Oh, das zahlt auf jeden Fall deutlich weh jetzt gerade für mein Herz. So, jetzt hier kurz. 360, 360, mixty. Alter, das ist... Ich fühl mich hier wie diese Drift-Videos, wie bei TikTok. Wo die so 360s machen und dann weiter driften. Tsch. Zack. Alter. Das Ding ist krass. Das Ding ist richtig krass. Oh Gott, okay. Jetzt habe ich einen kleinen Unfall gebraucht, aber... Das macht voll viel Spaß, hier mit dem Wagen rum zu driften. Also mit dem Truck überhaupt noch voran. Dann bist du direkt hinter mir. Direkt bei dir. Also. Bitte, bitte, bitte weiter mit deinem cooles Drift-Auto. Nein. Ja, du bist gleich weit gekommen als ich. Okay. Dann wird dir dein Feuer mit dich auch nicht mehr retten. Okay, wir kommen mit Random Vehicle. Wir müssen uns auf jeden Fall ein bisschen weiter schaffen, weil es da vorne... Oh, ist das ein GT-Auto? Ne, ist das ein Hellcat. Oder? Hab ich ein GT-Auto? Ich weiß nicht. Ich glaube schon. Krasse aus auf jeden Fall. Mousine. Okay, jetzt müssen wir es aber eigentlich schaffen. Jetzt soll auf jeden Fall um die Kurve kommen. Sag mal. Ne, das ist kein GT-Auto, was du hast. Hey. Was denn? So, jetzt kannst du kurz die Rampe entspannt mitnehmen. Direkt hinterher jetzt hier. Den schönen Speed. Na, kommst du auch hinterher? Ja. GT-A. Und hier in Easy 360 machen. Zack. Oha, Alter. Oha. Auf ganz entspannt. Auf ganz entspannt. Zack. Zack. Jetzt sagt ihr das Auto. Das ist, glaube ich, hier der Weg, was ich gerade habe. Das sind richtig, richtig... Dein Wagen sieht auf jeden Fall ein bisschen schwieriger aus. Meiner ist kaputt schon. Also ich komme mit dem extrem gut voran gerade, muss ich sagen. Also wirklich extrem, extrem gut voran. So. Guck mal hier, wie du die Rampen mitnimmst. Auf ganz entspannt. Hä, das sieht aus wie Butter. Sieht aus wie Butter, ne? Ist nichts los. Guck mal hier. Zack. Zack, zack, zack. Aber es ist ein Schwieriges. Die Rampen hier werden auch kein Problem sein. Auf ganz entspannt hier. Entspannterie nur kurz hier rüber. So. So. So, warte. Die Eimer kurz ein bisschen noch umändern. Und die Rampe auch noch. Warte. Bisschen wickeln. Ich bin hinterher runtergefallen. Als ob, als ob. Und dann die auch nochmal jetzt hier. Warte. Mit Schwung auf jeden Fall. Das hat auf jeden Fall jetzt lange genug gedauert. Mit dem Wheelie. Guck mal, das ist nämlich ein cooles Auto, was hier wieder ein Wheelie machen kann. Neen. Okay, jetzt der Boost. Hör auf. Jetzt schaffe ich es. Warte. Jetzt. Jetzt schaffe ich es. Alter. Wui. Ein Backflip. Wui. Alter, das ist richtig krass. Ich glaube, du hast noch einen Boost, ne? Oh ne, hier ist safe kein Boost. Okay, ich muss einfach ganz kurz Anschwung holen. Bis jetzt so weit gekommen, wie kein anderer, will ich nur kurz anmerken. Und drückt direkt nochmal mit dem Wheelie dazu, ja? Ist das die Hellcat, ne? Ja, von GTA. Bravado Hellcat oder so. Hier, easy. Ey, nein, da sind schon wieder diese Menschen. Geht weg. Aus dem Weg. Ich kann weitesten. Alter. Alter. Und hier. Aus dem Weg, Menschen. Bam. Hey, das soll das Zettelzweigen. Und hier die Bowlingkugeln? Was? Hä? Soll ich das jetzt schaffen? Nein, das ist unsichtbar. Glaubst du? Ich glaube schon. Ich glaube, ich fahre die mal ganz kurz hier. Ich fahre die mal jetzt gegen. Ist das echt unsichtbar? Äh. Ich glaube, da fehlt einfach nur was. Okay, ich fahre mal ganz kurz hier. Nix passiert. Und hier wahrscheinlich genauso, ne? Ja, hier wahrscheinlich genauso. Okay, alles klar. So, und jetzt komm schon. Jetzt muss es eigentlich gar kein Problem sein, jetzt hier noch ein bisschen weiter zu düsen. Oh. Ey, was ist jetzt hier für ein Alien-Ding? Hä? Sag mal, was ist das hier? Wir sollen hier weiterkommen. Ah, warte mal. Oh. Jo. Als ob. Okay. Ich hab direkt ne Idee, was ich machen muss. Alter, was? Richtig interaktiv jetzt hier auch noch. Und das ist noch ein zweiter Rampenwagen für dich. Okay. Ich bin schon lange raus. Ah, gut. Das ist ja natürlich dann dein Pech. So. Hier, zack. Damit er auch nicht runterfällt jetzt hier. Ey, was? Wie cool ist das denn? Da wird jetzt hier schön mit dem Rampenwagen gegen Gedingens, mit dem hier, mit dem Ding rübergefahren. Komm schon. Ja. Ey, das darf nicht wahr sein. Aber egal. Wir haben einen neuen Checkpoint. Ich wusste nicht, warum du jetzt hier gerade deinen Vogel mit hier genommen hast. Aber, alles klar. Dann ist dein Weaker, ich fand ich schlecht. Na, mal gucken. Ey. Wow. Okay, okay. Ich glaube, wir brauchen ein bisschen mehr Speed, ne? Äh. He, he. Du darfst gerne mal fahren. Komm her. Danke. Hey, wie soll man das denn jetzt schaffen? Du musst nur mit dem einen Rampenwagen... Oh mein Gott, du musst den anderen Rampenwagen. Mit dem anderen musst du hier rüberfahren. Was? Das ist ja noch hier. Ja, ja, zum Glück sind wir noch da. Das wird quasi dann noch höher kommen. Weil anders können wir es nicht schaffen. Dann gib mal Vollstulle jetzt hier. Ich glaube, du brauchst ein bisschen mehr Speed, ne? Ja, sonst schaffst du es nicht. Öh. Oh nein. Hey, das geht doch... Hä? Okay, dann kommen wir mit dem anderen hier rüber. Komm mit dem anderen hier rüber. Gib ihn! Vollgas, sitz hier über den Rampenwagen. Du schaffst das, ich glaube an dich. Let's go! Oh 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 oh. Oh oh. Okay, nicht schlecht Ich fahre jetzt hier direkt über den nächsten Rammwagen Der ist jetzt nämlich hier Ja Oh Gott, und du schaffst es auch? Ja Alter, okay, nicht schlecht Ab vorne Alter, warum bist du jetzt so schnell? Hä? Nein Nein, das darf nicht wahr sein Was? Das ist Ziel Als ob du es jetzt schaffst, weil ich da nicht weitergekommen bin oder was Nein, unglaublich Unglaublich, Alter Und er schafft es ins Ziel Wir haben heute eine ultimative Mega-Rampe am Start, Möka Und der Gewinner von uns bekommt 100 Euro Wer es am häufigsten schafft, mit den meisten Fahrzeugen unten anzukommen Da werde ich auf jeden Fall gewinnen Niemals Dann lass uns mal starten mit unseren Random Vehicles Ich würde sagen Okay Ich habe jetzt hoffentlich ein bisschen Glück Motorrad Es geht auch darum, um Riesenrampen zu überqueren Ja, ja, deswegen Komm mit jetzt hier Alter, wo bist du? Oh Gott, ist man nicht so schlau Ist man nicht so schlau Wo bist du? Oh 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 mein Gott Oh Ich bin gegen so ein Ding geflogen Und ich glaube Ich glaube hier vorne Ja, hier unten geht es auf jeden Fall noch weiter, Leute Alter Schwede Oh, das ist einfach dein Random Vehicle als zweites Okay, mal gucken Was ich jetzt für eins bekomme Äh, normales GTA-Auto Okay, dann Ich lass dich vorfahren Fahren wir runter jetzt hier Auf dieser Oh Gott Auf dieser richtig krassen Rampe Und mal gucken, ob wir ein bisschen Glück haben Und wie weit wir kommen Weil es geht auf jeden Fall extrem weit auf dieser Rampe, Leute Das wollt ihr wirklich verpassen Wow Wow Nein Ey Oh mein Gott Oh mein Gott Ich bin gegengecrashed Es geht weiter Wo bist du? Ich seh dich Alter, wie weit fliegst du? Bitte Ja Oh, als ob du es einmal schaffst Nein, nein Oh Oh Hey, das Schwerste ist, da drauf zu landen Ich weiß Da du jetzt aber gerade weitergekommen bist als ich Äh, ja, auch wenn es gerade nur am Anfang ist Darfst du mir jetzt dir ein Fahrzeug aussuchen Was ich nehmen muss Ich gebe dir mal dieses Es sieht irgendwie aus, als wenn die Hälfte davon fehlt Aber ich glaube, das gehört so, ne? Alter Er gibt mir direkt hier so eine Schrottkarre, Leute Was soll denn das? Ja, gut Dann, äh, let's go Oh, ich bin mal gespannt Oh, was du bekommst Okay Okay Irgend so ein Hammer So, jetzt komm ich Pass auf Alter, mein Auto ist ein Drift-Auto Oh nein Okay, Möckern Ich gehe jetzt hier auf Ey, kleiner Tipp von mir Fahr in der Mitte Auf Vollgas Oh Gott Oh Gott, ich heb Oh mein Gott, ich fliege viel zu weit Nein Oh Möwe, ich hab's nicht gerein Ja Ja, ich lande perfekt Easy Ja Oh mein Gott Frontflip Oh nein Oh mein Gott, warum hab ich Frontflip gemacht? Hey, ich fliege so weit rechts Was ist denn das jetzt? Nein Hey, aber den geht's doch noch viel weiter, Leute Tja, da hatte ich irgendwann ein bisschen mehr genug diesmal als du, ne? Ja, das stimmt Aber, Rücken Mal gucken, was jetzt hier für Random Vehicle kommt Bei Rangy Ey, was ist denn das? Was ist denn das? Hat jemand einen Klempner gerufen? Gefühlt soll ich jetzt hier die Rampe reparieren Bitte, bitte So, dann, ich gebe euch auf jeden Fall auch mal Gas jetzt hier Oh mein Gott, bist du doch hinter mir? Alter Oh Bist du ein bisschen schneller als ich? Bitte Hey Ey, das geht das Ding Ich hab dich nicht rübergeschleitert Hey Oh Gott Ich bin viel zu weit links Hä? Ey Ich hab einen Vogel in der Luft getroffen Alter Oh mein Gott, ich hab's genau gehört Au Au Ich ohne Reparatur Oh, oh, Vorsicht Au Alter Das ist nicht dein Ernst Autsch Nur weil du uns gerammt hast Tut mir leid Ey Äh Komm her, wenn du dich traust, hä Komm her Lärm Ey Pass doch jetzt Okay, okay, okay Pass auf So, sind wir jetzt hier wieder Ne, warte Ich hatte jetzt ja gerade das weitere Das heißt, du darfst jetzt ein Fahrzeug aus, äh, auswählen Beziehungsweise ich darf dir eins auswählen Und du sollst den Rollstuhl nehmen Och Mann Ey, das wird so cool So, und ich fahr jetzt hier mit meinem Rennivehikel Schön neben meinem Rollstuhl Oder vielleicht auch nicht mit dem Vielleicht auch mit dem anderen Und zwar mit dem Fahrzeug hier Oh, okay, na gut Dann, Möckern Fahr mal vor mit deinem Rollstuhl Halt das schon, bitte ganz kurz Ich fahr Gib Gummi Mehr Schneller Mann Schneller Ey, yo Bro Au, au, au Nein Oh, oh Oh, oh Oh mein Gott Hä Oh nein Sag mir bitte, ich schaff das jetzt Ich schaff's nicht, Leute Ey, Mann Weil ich auch nicht Fallgas gegeben habe Aber du bist vor allem mit dem Rollstuhl weggeflogen Na, das war auch unfair Okay, jetzt wird wieder Zeit fürs Random Vehicle Möckern Kein Problem Ey, ich krieg schon wieder Motorrad Oh MacLarry Okay, dann gib mal Stulle jetzt hier Ich glaub, du bist schneller als ich So Oh Gott Ich glaub auch Oh, oh, oh Alter So, ich dauern mit meinem Motorrad Alter, mein Motorrad, schnell Meinst du schnell? Oh nein Oh mein Gott Nicht im Ernst Wow Niemals Ich bin zu schlecht Nein Nein Oh Ich bin auch daneben Bist du auch daneben? Also ich bin mit meinem Motorrad Ich bin sogar down Ne, mit meinem Motorrad hab ich's leider nicht geschafft Und ich glaube, wir waren grad gleich weit Das heißt, wir gehen nochmal rein ins Random Vehicle Oh Oh G-L-E Brabus, oder? Ne, nicht Brabus Oh Alter Ist das nicht Was? Ist das nicht Der Deluxe Oh, wird getunt Was? Damit kannst du auch locker fliegen, oder nicht? Ne, das ist der ohne Ah Ha So Alter Wie du Gas gibst Okay, aus dem Weg Jo Alter, der ist voll schnell Richtig gut Oh, jetzt fliegen wir Bitte, bitte, bitte Achtung Nein Alter, man fliege ich so weit Und man fliege ich so weit nach links Ey, der ist so krass, der Wagen Ey, Mann Ey, ich glaube, ich bin grad ein bisschen weiter gekommen als du, ne? Aber irgendwie schatten wir es nicht drauf Komm, ich geb dir jetzt mal hier das Lightning McQueen Auto Das kleine Das ist schnell, ne? Ich weiß, was es schnell ist Aber Mein Random Vehicle ist schneller BMW Ja, so ein alten M5 Okay, aus dem Weg Ich bin auch eine Rot-Rakete So, diesmal schaffe ich das Und diesmal müssen wir Aua Ein bisschen mehr nach rechts lenken müssen wir jetzt, ne? Nicht vergessen Ja, hab ich Alter, das Ding ist ja voll schlecht Was hab ich denn? Ich komm nicht mal über den Berg Ich hab's perfekt gemacht Oh mein Gott, ich seh dich Perfekt Alter Gemacht Was? Okay, jetzt kannst du im Fall Jetzt gleich abbremsen Ja Weil hier rüber Alter, du hast einen Vogel erwischt Hier kann ich ja jetzt den entspannt machen Oha, oha, oha Okay, okay, okay Es geht weiter Es geht weiter Ich seh dich Oh mein Gott Alter, du kommst voll weit Oh mein Gott Let's go Hab ich direkt so ein krasses Aufmerksamkeit? Let's go Alter, da fliegt er Alter, wie weit du fliegst? Nicht ansatzweise weit genug Hä? Ein bisschen Ein bisschen Hast du dich voll jetzt mit gedrückt, oder was? Doch, doch, doch Aber ich war echt langsam Oha, was? Ich werde es aber auf jeden Fall mit meinem Random Vehicle voll übertoppen, Leute Oha, was? Was ist das denn? Ich hab ein Ironman-Auto Oh, was ist das? Ich hab einen Tesla-Transporter Irgend so einen Tesla-Truck hast du Ich lass dich mal vorlaufen Du bist schneller Ey Ja? Nicht Photoshop-Sin Ja? Ha! Du Elektroschrott Fahr nach unten Du bist Elektroschrott So, ich fahr mal dann nach vorne Keine Sorge So, aha Ah, ja Ja, dann fahr ich Elektroschrott Ey Ja, und tschüss Hä? Ja Ich fahr auch mal von vorne Ich fahr auch mal von vorne Kein Problem Warum bleib ich da unten hängen? Was soll das? So, Leute Vollspeed Vollspeed Wow Oh mein Gott Ich flieg über das Ding rüber Hey Ich auch Alter Wie weit fliegst du mit deinem Ding? Bro Das war's mit mir Warte Vielleicht kann ich noch hier auf die Rampe rauf fahren Oh mein Gott Als ob Oh mein Gott Nein Nein Oh mein Gott Aber ich will trotzdem mal wissen Wenn man jetzt hier drauf ist Wie weit ich jetzt hier kommen würde Oh Gott Oh Gott So ein Vogel So Leute Mal gucken Wie wir jetzt hier weit kommen Mit dem Ironman Fahrzeug Und Wow Alter Ich flieg so weit 360 360 Oh nein 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 In Wasser gelandet Aua Also jetzt bin ich auf jeden Fall deutlich weiter gekommen Auch selbst ohne das zweite Mal draufsetzen Deswegen gebe ich dir den hier Der mit den großen Reifenmökern Was? Den Ich glaube der ist gut Glaubst du? Ich bin mir nicht so sicher Und ich habe random Geht schon mit dem Motorrad Ja Läuft gut Aber egal Ich werde das mit dem Motorrad Ich sage es dir Werde ich richtig weit kommen Weil ich kann damit ja fliegen Okay So Oh Aus dem Weg jetzt hier Und Wheelie Oh ja Oh mein Gott Oh mein Gott Aua Okay Alles gut Leute Ich bin hier im Fliege Im Fliegemodus Oha Perfekt Oha Perfekt Was Wo bist du? Hui Nein Niemals Hui Okay warte Ich muss hier einmal noch Oh War das knapp Und Zack Wow Wie weit ich hier fliege Freunde Was geht hier ab? Okay Jetzt geht es hier noch weiter So Ich habe die Ballons kaputt gemacht Wie die Ballons? Ich bin Ich bin Ich bin auf diesen Dings gelandet Jetzt Ah Ich weiß was du meinst Oha Was ich muss durch dieses Loch durch Hui Das ist ja unmöglich Das ist crazy Oh Leute Ich probiere es noch einmal ganz durch dieses Loch durchzukommen Das ist aber glaube ich echt gefühlt unmöglich Freunde Ich weiß nicht wie man das schaffen soll Das kann man ja nur mit einem Motorrad schaffen Oh mein Gott Ey aber nein Und dann nochmal durch die Lücke Dann muss man noch durch so eine zweite Lücke durch Als ob Ich gucke gerade Alter Ja da muss man echt durch Durch so eine Holzwand So Jetzt bin ich auf jeden Fall deutlich weiter gekommen Aber ich habe dir eben ein Fahrzeug gegeben Das heißt Stimmt Jetzt haben wir random wie Bro Das ist nicht Was soll ich denn damit machen Oh okay Was soll ich denn damit machen Was hast du da Oh Backflip Oh mein Gott warte Okay Ha Ha Oh mein Gott Kann ich auch fliegen mit dem Motorrad? Oh mein Gott Ich fliege mit dem Fahrrad Als ob Ich fliege damit Okay pass auf Ich fliege jetzt damit ins Ziel Ich weiß nicht wie man fliegt Aus Aus dem Weg Ich bin ein Profi Leute Ich fliege jetzt einfach mit meinem Motorrad Äh mit meinem Fahrrad eher So Warte da vorne müssen wir einfach rüber So Vorsichtig Vorsichtig Nicht ganz einfach Nicht zu hoch Alter Da vorne sieht es nicht ganz einfach aus Freunde Da hast du das Ziel Oh Und Leute Wir haben es einfach Oh Ins Ziel geschafft Was geht ab Mit dem Ding hier Hätte ich niemals gedacht Leute Guck wie das aussieht Wenn wir gerade Ich würde sagen Huni Einsatz pro Kopf Okay Okay 100 hat damit Spaß macht Okay Alles klar Wie du nennst Digga Mein Haus zahlt sich ja nicht von alleine ab So nennst du Okay Digga 3-3-1 Let's go Yeah Er zieht schon ein bisschen Vorher Ey er schießt Er schießt Okay Er macht den Rüstart Deswegen schießt dir direkt deine Reifen kaputt Aha Hä Okay Meiner hier Komm rein ins Wasser mein Bester Ich hab's einfach gestorben Hau den Haft zu alleine ab Jawoll Ach Digga Ey Hugs ich häng fest Nein stopp 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 Danke für die Nennst Weg hier wenn zwei sich streiten Ich freut sich der Was war das denn Hey wer schießt mich denn hier in der Neu Nein ich muss Ich hab den Shakeboard nicht bekommen Jungs Nein Ich bin im Wasser Oh mein Gott ich zieh durch Oh mein Gott Digga ich hab komplett mein Auto ist komplett platte Reifen Was war das? Ja ich hab mal kurz meine Minigun ausgepackt Max Digga ey Auf wem gar kein Reifen Ab ins Wasser mein Bester Sooo ja vergesst es Jungs Jungs Wer ist denn hier schon wieder am Start? Jungs Ey Was? Ey Ich fällst im Wasser Ja wichtig Wir sind noch im Gag Oh mein Gott Ey ich bin auf mich Schießt ihr nicht auf mich? Wir müssen erst wieder nach vorne kommen Schnell ich bin auf Max Kaspar Auf Max Ich schieße ich schieße jetzt nicht durch Schnell auf Max Kaspar Die sind ganz vorne Die sind ganz vorne Max ich komme Komm Deno wir müssen erst noch nach vorne kommen Ich bin jetzt hinter dir Max Ich guck mal was ihr machen lässt Das Rennen hat doch nicht mal richtig angefangen Kaspar 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 Digga Ja Ja Hau rein Max Wild Mann Aha Digga Die ist auf der schwarzen Liste mein Bester Ich weiß nicht was du meinst Jungs ich bin hier äh Das Ding ist Ihr seid hier auf meinem Strand Na? Dein Strand sagst du Digga Ich bin hier der Bademeister Aha Ich hab vergessen dass du umgebildet hast Ey Ey nein Sag wir ziehen durch Ja Digga Bademeister Ey Leute die sind Max Sag mal wo gehts denn da jetzt eigentlich hin Oh nein Oh mein Gott Oh nein was Das hat nicht geladen Ihr müsst mit Vollspeed die Dings hochfahren Die Treppe Sag mal Nein nicht mit Vollspeed Digga Das ist deine Miene Schubs mich Deno Ey Ey man er hat zum fahren Ey das ist mal nicht mehr Ey Max hau ab Digga Max hau ab Ich hau nicht runter Ah Rock Soul Deno ich bin hinter dir Oh Mann Ey Digga wer ist so ein unehren Mann Digga Real Ey Okay Max Ey Jungs Also reinhauen Mach doch nicht diese Oh Gott Vorsicht Leute Vorsicht Vorsicht Ja genau Oh nein Oh nein Ey Ey hört auf Ey hört auf wir haben Platten auf Ey macht dein wenigst auf der anderen Seite auch Nein Oh mein Gott Digga kann ich einmal bitte treffen mit dem C4 Kann nicht sein Weißt du das C4 Digga Hau rein Hau rein Hau rein Neno Warum gehen gefühlt alle nur auf mich ey Ach Leute Ey Kaspar Kaspar Hau rein dein Wasser Max Alter Du verabschiedest dich jetzt auch noch mal Und weiter gehts Ja Ich weiß von Ehren an Gott letzten Oh nein Ja Oh Ha Kaspar schiedet Der schummelt Leute Was geht weg Ich schummelt nicht Ey Ihr schweige Ihr schweige Oh Ich hab ihn Ihr seid ja noch ganz hinten alter Kein Problem Ja Digga du hast doch durchgezogen Ich schnapp mir jetzt hier auch den Checkpoint Digga Kein Thema Mann Alles easy Versuch mal her zu kommen Bro Ach ja okay Okay wenn du so sagst Hey Tschüss Bro Der wollte eigentlich Kaspar Ich muss sagen Digga ich bin in Vergessenheit geraten Digga Digga Kaspar also Junge ey Ich komm ich bin auch zum ersten Checkpoint Kaspar das kann nicht sein dass du jedes Rennen in Vergessenheit gerätst Ja Digga das ist so schwer Er ist einfach weg So Ey Ist da grad jemand in meine Annäherungsminder eingefahren Ey Max alter Ganz im Ernst Das wird ganz teuer für dich heute Ist da grad jemand in meine Annäherungsminder eingefahren bevor er den Checkpoint bekommen hat Gott ey Ekelhaft So Jungs Ihr wisst schon ne Das rot meine Farbe ist Dann müsst ihr auch gucken dass wir auf den roten Ring hin vielleicht kommen So ich krieg Platten dann kriegst du auch einen Platten So Und weiter geht's Ey du bist doch Ey Dass du es versucht hast Digga Wen hab ich grad in die Luft gejagt Digga dass du es grad versucht hast Ey Okay sorry 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 Let's go Ey jetzt bin ich ja schon wieder auf dem vierten Platz Junge Jawoll Ey Kaspar hätte ich nie von dir erwartet Was ist los Ey Warte mal wer ist denn der Blauen Das ist Kaspar Das ist Deno Warte das ist Kaspar Kaspar ist ja wieder da Ja Oh ich hab auch nicht Du hast wirklich in Vergessenheit geraten Okay Also Achso du bist es Wir müssen uns an Broxo einmal rechnen Let's go Broxo ich glaub du fährst Oh 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 Broxo Du Digga Max zieht schon wieder durch Ja Deno hör bloß auf alter ich bin jetzt vor dir Ich bin ja durch Ich muss ein bisschen immer Ich muss ein bisschen Abstand halten von euch Das ist nicht gut wenn ich zure Alles klar Digga da ist immer nur Angst So vorwichtig Du bist so eine Sau Digga Ich hab's genau gesehen Ich hab's genau gesehen Digga Pferd in die Linke rein Aua Hey Broxo Ich konnte nicht place Ich konnte nicht place Danke Deno wohnt weggesprengt Von meiner Mine Huch Jetzt gehts hier aber los Digga Was denn da passiert Keine Gnade sagst du Was denn da passiert Was ist denn da passiert Eyyy Digger ich muss mit deinem Ding weiterfahren Ich muss mit deinem Ding weiterfahren Ich muss mit deinem Ding weiterfahren Auf meine Zecke holst du das Danke für deinen Karten Ey also Alter Oh da ist doch meine Zwei Ich hab's ja komplett in Minen Teppich gelegt Man darf nicht Man darf nicht Da liegt noch eine Deno Digga Pass auf So wichtig Da liegt noch mehr Ey Digga wer schießt wieder Brox Digga Brox Du hast das hier schon wieder mit Platten schießen Was ist das Oh mein Gott Leute Dieses Rennen ist wirklich asozial Dieses Rennen Dieses Rennen beendet wirklich Freundschaftlich Puuu Alles für 100 Euro Ey nein Leute wir müssen ran Wir müssen jetzt rankommen YouTuber die für 100 Euro ihre Freundschaft verkaufen So nimmst das So müsste der Titel von dem Video sein Ey nein Deno kurz geholt Wer war das? Wer war das? Lauf der Kasper durchziehen Was ist? Ich hab gar nichts gemacht Eyyy NEEEEEEEEEEEEEEEIN Ja hier der Schnell 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 Und Fullspeed Fullspeed Und Fullspeed Und Checkpoint Checkpoint Zwei ich nicht Zwei ich nicht Zwei ich nicht Ey nö hmm Pack deine FPG weg Ich habs gesehn Du weiss ganz genau Digger Deine FPG wegging Ey p**** Wenn du aus dem Weg gehads Digger wir müssen halt echt ưng Also Max Digger das Nein overtime uswürfür zu lange Euroxod wie kannst du hier so schnell rüber fahren 진 Sau Das ist ja basics Was soll ich machen Digger Ich verstehe es Ich verstehe es Ja Wenn wir das halt immer wegschießen Man kommt halt nicht weiter Ah nein Warum lädt das bei mir nicht so lang ja ich hätte jetzt die möglichkeit zu schieben ich mach es aber nicht doch was machst du dich mache ich nicht so schnell da holt mich nie einer weg jetzt muss ich meine wut an die raus das tut mir leid ich höre ich gleich aufzuspielen ich mache eine mine an dich dran wenn du fax macht hinter mir geld wenn ich runter fall ich ja mit in die luft ich mache keine faxen ich mache keine faxen aber wenn du jetzt wenn du jetzt ich sag es dir ehrlich ich bleib dir direkt am hintern kleben du wolltest dich unterhauen aber lieber noch ein stück zurück er sieht nicht gut aus es sieht nicht gut aus gelb nimmst mir nicht übler aber wenn ich runter fache nein liebe leuten konnte aufsteigen da steht er noch das steht er noch was ich habe sogar überlebt ey Kasper zieht schon weiter Kasper zieht schon weiter durch ich weiß nicht was du meinst Digga jetzt kommt her Jungs Digga das ist nicht dein Ernst Was? Ich hab ihn vor dem Checkpoint nochmal geworfen. Was? Was? Oh mein Gott, ehrenlos. Was? Oh mein Gott, Digga. Was denn für ehrenlos? Ich hab's aber gesagt. Ich hab's gesagt. Ihr habt mich vorhin so lange getrolt. Es wird ehrenlos. Ich hab's gesagt, Digga. Mit Anzeigen. Ey, Marc hat echt keine Gnade, Alter. Ey, ich seh den Typen mit anderen Augen jetzt. Das hat alles, mein Weltbild hat das zerstört, Alter. Oh mein Gott. Der Kasper, es bleibt drüber auf die Bremse. Ja, ich drück jetzt. Ich brems jetzt hier, Digga. Oh mein Gott, Digga. Digga, hoffe, dass ich nicht in deine Nähe komm jetzt. Ja, perfekt, Digga. Digga, ich glaub, wir werden noch ein bisschen mehr Zeit zusammen verbringen. So knapp sogar. So knapp vor dem Checkpoint, Alter. Du Assi, Alter. Du Assi. Weißt du, was jetzt belastend ist? Was ist belastend? Digga, du wirst jetzt die gleiche Situation erleben wie ich. Ich will, dass du das einmal fühlst, Digga. Digga, ich hab das doch vorhin schon gefühlt. Ich wollte, dass du das mal fühlst. Du sollst es noch schlimmer fühlen. Genauso wie ich. Okay. Ja, Digga, ich hab's halt nicht mal da rüber zu fahren, Digga. Okay, aber wo ist Kasper? Ach Mensch, Kasper, was machst du denn da oben? Wie geht's dir, mein Bester? Alles gut? Ja, genau. Warte, warte. Ja, perfekt, Digga. Genau so. Ach, was? Ach Mensch, Broxo. Willst du jetzt echt die Tour, Digga? Ich wollte kurz umdrehen. Du warst nur im Weg. Ah, okay. Ich hab's schon wieder... Du warst schon wieder im Weg. Endlich gescheuert, Digga. Ey, ich hab's so krank. Oh, Alter. Oh, Alter. Es geht weiter. Geh weiter hier ein bisschen. Ey, check fest. Ey. Ey. Er macht den einfach. Digga, seh zu. Broxo kommt. Seh zu. Bremsen, bremsen, bremsen. Aus dem Weg. Denno. Oh, mein Gott. Es regnet auch. Nein. Ich kann nicht glauben, dass ich das geschafft habe. Hier we go, hier we go, hier we go. Das ist aber auch wirklich ein ekliges Rennen hier. Schon wieder ein ganz ekliges Rennen. Denno, jetzt gib doch mal Gas hier. Okay, ich hol dich halt einfach ein, Digga. So. Okay, Wichtig, Wichtig, Wichtig. So, Wichtig. Zieh durch. So. Die sind so beschäftigt mit sich. Da kann ich hier ein bisschen durchziehen. Oh, Max. Oh, Max. Oh, mein Gott. Checkpoint, Checkpoint. Wichtig. Oh, Max. Oh, Max. Oh, Max. Oh, Max. Und Broxo, Digga. Nein, Leute. Dankeschön, Denno. Korrekt. Feier echt, muss ich sagen. Was? Find ich korrekt? Ey. Ich habe so ein richtiges Bananenauto vorne. Scheiße. So, so läuft das hier nicht. Ach. Passt auf, hier darf man jetzt nicht so schnell. Ah, Kasper, Digga. Warte, Kasper hier vor mir. Was ist gut, Brudi? Max, jetzt mach doch mal locker, als er der Tränen-Team macht. Ich bin übergast jetzt hier. Ey. Ey, ihr müsst es langsam machen. Ihr müsst es langsam machen, Jungs. Er sagt langsam, das heißt, wir müssen es schnell machen, Max. Nein, nein. Wirklich re-talk, re-talk langsam. Nee, ich glaube ihm. Ich glaube ihm, ich glaube ihm. Er ist langsam. Okay, du bist echt langsam. Hast recht? Er hat recht. Er hat recht. Er hat recht, Digga. Guck mal hier, langsam. Oh Gott. Ich mach schnell. Mit Gefühl. Ich mach schnell. Mit Gefühl, mit Gefühl. Okay. Wirk dir mal die Wippenfritzen da drüben an. Broxy, du bist abgehärtet, würde ich sagen. Natürlich bist du abgehärtet, Digga. Natürlich. Der Denon zieht voll durch. Die Strecke ist so eklig hier. Okay, Digga. Ohhhh. 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 Du Assi. Ich hab dir gar nichts mehr getan. Stell dir das einfach mal vor, wir hätten das im Skillrace gespielt. Oh mein Gott, lass mich zu. Ich hätte dich gelöscht. Oh nein. Du Schwein, Alter. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Ich kann's nicht glauben, Digga. Oh. Oh nein. Komm. Okay, ja, Digga. Komm, Bro. Wenn du mich runter... Okay. Wenn du mich runterdingst... Oh mein Gott. Ich mach nichts mit runter. Ich mach nichts mit runter. Digga, pass auf, wir müssen die wegsnipen. Snipe nur die weg. Ich fahr... Also, jetzt reicht's mir, ne? Broxy, fahr! Ey! Oh mein Gott, was? Ey! Denon! Jawoll, Leute. Und die sind... Ich weiß nicht, wo die sind jetzt gerade. Wie? Bist du schon ins Ziel? Wie? Nein. Bist du schon ins Ziel gefahren? Oh, Leute. Was ist denn das hier? Du wartest ja wohl. Ist das hier das Ziel? Oh mein Gott, Leute. Ich will nicht ihn vergessen. Mann! Ich will nicht ihn vergessen. Ah, ich würd sagen, Leute. Wir lassen uns das mal schmecken. Oder? Also, ich warte auf Ehrenhaft. Digga, also. Das lässt sich doch jetzt nicht schmecken, Digga. Wenn wir noch drei Checkpoints brauchen, Alter. Ey, du bist so ein Mist, Digga! Ey, du bist so ein Mist, Alter! Junge! Ohhhh! 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 Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ey! Ey, Prox! Prox, mach nicht diese! Ey! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ey, das ist doch echt klar! Du bist so ein Mist, Digga! Du bist so ein Mist, Digga! Du bist so ein Mist! Da ist das Ziel! Nein! Nein, 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 nein! Wasser, Wasser, Wasser! Wasser, 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 Wasser! Das war's mir wert! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ja, ihr habt ja! Ja! Das sind Puddingbälle! Das kann nicht sein! Das ist das Ziel! Das kann nicht sein! Ich bin direkt vorm Ziel! Oh mein Gott! Ich bin direkt vorm Ziel! Ja! Nein! Das soll es inwiefern voller Folge gewesen sein! Wenn es euch gefallen hat, lasst euch inwiefern gerne ein Like und ein Abo da! Ich geben mir noch die beiden Folgen aus! Einmal draufklicken und checkt inwiefern gerne mein Merch aus! Abo rein! Bis nächstes Mal! Ciao, ciao!